So und damit ein herzliches Willkommen zurück zu der nächsten Folge von Dust in Illusion Tale mit euch und meiner Wenigkeit. Offene Wünsche. So, wie planst du es kalt zu halten? Das ist wichtig für ihn, Fidget. Wir finden einen Weg. Das ist wichtig für ihn, Fidget. Wir finden einen Weg. Was ist das mit der Technik? Wenn du alle sechs von meinen Schäfen findest, wäre ich sehr verpflichtet. Du bekommst ihn. Okay, ich dachte ich hätte alle. Habe mal gemacht sowas. Du bist bereit, Dust? Ich denke so, ja. Wir müssen zurück nach der Grunde und finden die Mannor, Lady Tethysma. Ja, ich weiß von dem Ort, die sie sprach von. An alten estate auf der Fuß des Mountains, die die Sorrowing Meadow. Die Sorrowing Meadow? Ist das irgendwo zwischen Blood Death Gulch und Endless Pain Hill? Es war nicht immer so, Fidget. Es war damals ein peacefules Ort. Aber jetzt, als wir so weit entfernt von es sind, Ich kann es so fühlen, dass etwas nefarisch aus dem Fond. Ja, das ist großartig. Wirklich? Ich bin gespannt. Wie geht es dir, Dust? Du bist gespannt? Ich bin gespannt, Fidget. Komm schon. Lass uns zurück zur Grunde kommen. Wenn man nicht, wenn man das leider nicht ein bisschen zuhört, dann erkennt man manchmal den Sarkasmus in den Worten nicht. Das sind wir uns auch richtig gut gemacht. Okay, Smobop, hier ist ein Fidget Doll für dich. Better als die reale Sache. Oh, sie ist schön. Hier, du kannst du das. Danke, Smobop. Was heißt das Original? Was jetzt, wenn ich hier reingehe? Dein Schlüssel. Dein Schlüssel. Dein Schlüssel. Und für das bin ich sehr dankbar. Wir werden es irgendwie durchführen. Wir machen es immer. Wir machen es immer. Ganz schwer. Ach. Witzkiste. Hä? Hä? Warum ist der nicht mehr gekettet? Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Kann man hier nicht irgendwie so eine Quest oder sowas? Quest Inventar. Oh, das ist ein großes Problem. Ich mache jetzt noch einen von denen kaputt. Ich rufe 3. Ah. Und ich rufe 1. Ich rufe 2. Ich rufe 2. Ich rufe 3. Boah, das ist ärgerlich. Wenn man die letzte Zeit hat, wo man noch nicht mal weiß, hm, ist das jetzt richtig? Boah, das Schlimme ist, es ist wirklich nirgendswo irgendwie... Vielleicht kann ich das hier sehen. Von den Schildbewährten draußen in den Höhlen zu... Was ist das für ernst? Selbst wenn ich früher schlag... Alter, das ist wirklich... Davon ist nix ein Finger. Weil die Drobrade ist so behindert. Keiner begeistert. Entschuldigung. Das muss der Finger sein. Würde ich mal sagen, zwei. Drei. Wir können aber nochmal mit dem reden, das ist ja kein Problem. Okay. Wir haben zwei. Ich schätze mal, weil wir haben vor kurzem noch einen bekommen. Drei. Ach, gut. Vier. Gut. Die Trollvergeltung ist abgeschlossen. Okay. Damit könnte ich vielleicht sogar ein Klavier spielen, wenn ich es könnte. Aber ich glaube, die Antwort war eher, wenn er wüsste, was überhaupt ein Klavier ist. Drei. 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 Du willst mir ein paar Dünnchen konstruieren. Und wenn du mir 10 Rockhound-Tänen bringst, dann bin ich schön, oder schmierig schön, während ich sitze. Weil ich sitze und leh... oh Gott. Ich habe mich auf alle Dinge, die Leute dich zu tun haben, Dast. Das ist wahrscheinlich der schrecklichste Teil derzeit. Du hast es gesagt, Fidget. Alles klar, Bloppa, ich bekomme dir ein paar Dünnchen. Ähm... Obwohl wir eigentlich in dem Sinne, dass ich das jetzt verstanden habe, eigentlich gar nicht her sein müssten. Schon ein bisschen witzig. Die Geschenke? Ich nicht. Ja. Kann es sein... Kann es sein? Kann es vielleicht sein? Ja, kann es sein, natürlich. Das ist doch nicht dein Ernst. Hallo. Hahaha. Hahaha. Okay, ich muss noch irgendwie so eine Hyperjump lernen. Interessant. Was man noch alles so... Die zwei wieder. General Gaius, hast du mich gefragt? Dein Report, Commander. Welche Nachrichten bringst du dir? Unsere Scouts glauben, dass er lebend ist, General. Aber seine Aktionen sind... Wunderbar. 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 So, wie so? He ventured in the Syramon caverns and saved a village of natives. As I understand it is, action's got the water flowing again. If what you tell me is true, Cassius would never... No. Cassius would never. Keep me informed of the situation, Commander. That is all. Tja, warum macht er sich überhaupt Gedanken, wenn er schon so kaltherzig ist? So sehe ich die, naja, ich würde jetzt sagen, Kür, Kür, was würdest du denn sagen? Ich frage mich, ob wir hier in der Lichtung schon das machen können Wir prüfen einfach mal nach Immerhin haben wir ja die Möglichkeit dazu Da wissen wir ja, wie wir hinkommen Okay Natürlich kommen wir da schon hin Wie groß war das dann bitte? Oh, oh, oh Ich seh schon wieder nichts Ich soll dir diesen Ring niemals verkaufen Ich brauch den bestimmt hundertmal So, schauen wir mal Was erwartet uns hier? Ist hier eine Truhe Hallo Truhe Ich möchte gerne geöffnet So, freut mich So, jetzt ist die Frage Warum ist hier ein zweites? Es muss doch Gründe geben Zum Beispiel der hier Arena Keine Arena Bisschen Okay Laut Bild war ich ja schon mal da oben hier Nur Ah, okay Interessant, gut Ähm, das war's glaube ich Ich glaube hier In dieser Map gibt's nichts weiteres Das heißt, es wäre jetzt unnötig Den gesamten Weg wieder zu Laufen Und dann mache ich mich mal hier von dannen Auf den Rückweg Hi, ciao Hi, ciao Genau Rückwärts Jetzt habe ich noch was gesehen Aber ich glaube Das ist unwichtig Jetzt schauen wir mal kurz auf die Karte Alles, alles gemacht Das einzigste, wo wir noch hinkönnten Ist da runter Und einmal da hoch Aber da würde ich von der anderen Seite ausgehen Lassen wir uns überraschen Was uns dort erwartet Ja, ich Ehrlich Ich bin Level 16 So Speicher nochmal Falls wir das doch nicht erreichen Oder da nicht hinkommen Könnten wir Zufälligerweise Rehe Könnten wir auch einfach Genau Da kommen wir nur hoch Wenn wir uns dran hängen Und hier Könnten wir Zufälligerweise Schön Aber wie schnell die Reaktionen sind Ist der Wahnsinn Genau Hier haben wir den befreit Und jetzt können wir hier durch Okay Ah, es gibt Gründe, warum es zwei sind Wait a minute Ich gehe oben rum So Schön Zwei weitere Schlüssel Nein Okay Schön Dann haben wir das jetzt auch abgeschlossen Ach Verdammt Falsche Richtung Also So Stockholm See you fav Or Ciao Ich habe gerade echt keine Zeit, glaube ich. Das Recht, weil ich schon Level 16 bin und die Gegner sterben. Ich hoffe, dass die beim Bergen wenigstens ein bisschen stärker sind. Gut, hier bin ich wieder am Anfang, Level, ne? Was anderes. Drei verschiedene Arten von Bambis. So, endlich wieder am Sprecherpunkt. Diesmal mit zwei Ketten mehr. Die stehen immer noch alle vor der Haustür, ne? Wahnsinn. Okay, da geht es noch einmal nach oben. Das ist klar. Weiherstätte. Ich denke mal, wir werden jetzt mal kurz zum verborgenen Heim gehen. Da konnten wir jetzt, glaube ich, vorher nicht. Genau, weil wir da nicht durch konnten. Oh mein Gott. Ach du meine Güte. Nehme ich mit. Okay. Wäre aber auch zu einfach gewesen, ne? Kommt er gleich mit? Ja. So. Das sind eigentlich noch mehr Verstecker. Warte. Nichts. Also alles, was nur mit Grün liegt. Das konnte ja sein. Ah ah, ah ah, okay. Ich glaube, ich brauche den woanders da. Gut. Wahrscheinlich brauche ich den woanders da. Also da, wo es, glaube ich, nach oben geht. Aber da kann ich ja noch nicht. Dann kommt der Efeu-Tal. Oh, wie hier noch nicht mal ein Zentimeter. Ich geh mal. Schon wieder vergessen. Okay, ich soll das spielen. War das fast gebraucht? Wiss ich nicht. Okay, hier muss ich nicht hin. Klasse. Klasse. Mhm. Ja. Wenn ich in dem Zeitpunkt springe, wo er explodiert, kriege ich keinen Schaden. Das ist schön. Nimm mir diese kostenlosen Alten. Okay, ich würde mal sagen, Efeu-Tal schließe ich trotz dessen mal so ab, weil... Ach doch. Da waren die drei Ketten, ne? Ja. Und zwei. Irgendein Gebiet war drei. Ich weiß es nicht. So, alles schon frei gemacht. Das ist perfekt. Efeu-Tal hat es so gut wie abgeschlossen, glaube ich. Ähm, super. Wald von Abais. Da ist noch eine Menge. Also, als allererstes das und das zweite ist da hinten. Ich glaube, da würde es nichts bringen. Also, gehen wir von hinten mal kurz... Ach, das war der. Also, ich speichere hier wieder. Und dann laufen wir langsam vor. Schauen wir uns mal... ...an, ob wir da runter können. Also, oben lang. Das ist die Voreiligkeit, die man immer manchmal hat. Nee. Laden aufgefüllt. Läden aufgefüllt. Ich verlor das. Ich weiß es nicht. Manchmal, ne? Ich habe notiert, dass die Wälder in der Wälder fliegen. Es wäre mir ignorant, zu glauben, dass du nicht ein Teil in das haben. Das wäre hart, von mir anzunehmen. Was machte dich das? Die Wälder haben nicht geschlossen, die fliegen auf ihren eigenen Akkord. Darüber bin ich sicher. Richtig. Ja, gut. Wir haben getan, was wir tun müssen. Wie müssen wir alle, mein Freund. Was hast du da unten gefunden? Wenn du mir nicht interessiert, frage ich mich. Wenn mich jemand fragen würde, wen ich am meisten mag, dann ist eindeutig der Händler. Der Händler ist einfach nur genial. Also wenn man jetzt von den... Wenn man jetzt von den witzigen Sachen immer weggeht, wirklich von der Ernsthaftigkeit, von der Nettigkeit ausgeht, dann eindeutig eher. Der Händler ist einfach nur viel wert. Meiner Meinung nach Twitch ist die witzigste von allen. Man muss es halt nur haben. Das ist ein Humor. Okay, hier gehen wir nach unten, ne? Und erwarten. Schauen wir mal, was uns erwartet. Natürlich ein Weg. Hätte ich nicht gedacht. Ach, ne. Also ist das ein Rückweg. Schon mal. Das ist hier. Und tschüss. Ah ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Oh ja. Ich erwarte auch nichts anderes da ist. So. Was? Uh, nein. Das ist richtig gut gegen einzelne Gegner. Blitze. Ich dachte, es wäre Wasser. Und das Leben des Wassers. Ich weiß nicht, was die elektronische Stattestellung ist. So. So. Schön, es geht weiter runter. So. Nicht mehr. Wahnsinn. Okay, der bleibt auch unendlich. Ach, wieder ein Freund. Oh, verdammt. Naja, gut. Wen finden wir hier? Dein Ernst? Noch so eine Ente? Ist wahrscheinlich der Bruder. Na. Ich sag jetzt nicht, dass es tricktarkommt. Nee. Das könnt ihr doch nicht machen, oder? Ach, weil's dunkel war, konnte ich die Frucht nehmen. Achso. Wegen der Frucht konnte ich die nehmen. Zum Glück. Aber ich hab doch meine Kette. Ich hab doch meine Kette. Wo ich nix ändern wills. Ich hab' auch mal seien. Was? Der soll da reichen. Was ist denn da? Oh. Oh. Okay, doch. Äh. Krasser als ich dachte. Weil er direkt gleich einen Übersprung zu allen Gegnern macht. 83 haben wir jetzt. Kurz gucken. Ja, das eine fehlt noch. Und dann geht's nochmal nach oben. Aber wie wir ja wissen, können wir nicht nach oben. Schützenpass könnten wir jetzt, glaube ich, auch erreichen. Wir haben ja jetzt alle blöden Steine. Tja, da haben wir aber noch nichts, was wir verwenden könnten, um früher zu springen. Oh, heilte Mülle. Da ist alles mit uns. Oh, okay. Kann ich denn nach oben? Ich muss da gerade einen. Ich glaube, wir haben Schützenpass mehr zu machen, als zu bedenken. Ich kann mal kurz gucken, ob ich das ganze andere Zeug noch herstellen kann. Weil ehrlich, äh, das ganze Zeug nicht mehr von mir. Ich kündige meinen Besuch an. Ich gucke gleich die Materialien auch noch mit auf. Oh, ist das das. Okay, jetzt. Ich probiere es jetzt mal. Immer dieser Versuch zu kotzen. Oh, mein Lieblingskollektor. Was kann ich für dich tun? Oh, hier bin ich. Okay. Jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ehrlich. Oh, mein Lieblingskollektor. 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 Das ist jetzt wirklich so, jedes verdammt Ach ich sehe gerade, wir haben wieder die Zeit erreicht, wir speichern und dann sieht man sich in der nächsten Folge noch mal den Schützenpass fertig und dann geht es wieder auf die Hauptmission zu. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal.